Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2. Bis jetzt läuft das ganz gut auf Brespin. Und okay, im letzten Fall habe ich mich ziemlich dumm angestellt, aber das macht jetzt mal nix. Ich muss jetzt mal rüber tüdeln hier auf die andere Seite. Die Polizisten halten dort die Stellung und wir müssen uns um das Gesocks kümmern, das hier noch so rumfleucht. Hier ist es nicht so ganz ungefährlich. Okay, was soll ich hier? Oh, keiner von der Sorte. Okay. Alter, sterb ihr blöde Penner. Ich dachte, ich hätte echt genug von dir jetzt erledigt. Ich gehe noch mal ein Stückchen zurück. Noch mal hier rein. Hier konnte ich mein Schild wieder aufladen. Genau. Das machen wir aber noch mal eben. Okay, und der ist sogar noch aktiv. Das heißt, wenn ich wieder zu viel auf die Fresse bekomme, kann ich noch mal wieder zurückgehen. Okay, warum habe ich das Gefühl, jetzt hier das Schnellfeiergewehr zu brauchen? Okay, alles klar. Dann ist das wohl nur eine Fäuschung gewesen. Oh, okay. So, yes. Oh, tschüss. Okay, dann laufen wir nochmal hier lang, hier außen erstmal, bevor ich in die andere Richtung gehe. Und was es hier noch so zu holen gibt, sofern überhaupt. Ah, weiß nicht, mache ich das jetzt wirklich? Keine Ahnung. Versagerbande. Versagerbande. Aua. Misskerl. Autsch. Ihr seid ja Schweinebriester. Ihr seid ja Misskerl, ey. Hallo? Hallo? So, du zack. Ha! Das hast du da fun. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Spannend, dass wir hier uns ein schönes haben. Jetzt habe ich den jetzt gerne umgelegt, dann entnerven mich. Ah, ich spiele eine von der Sonne. Okay, was gibt es hier hinten? Nix. Da haben wir wieder verschwendete Zeit. Ach, nix. Wir können die Backdekompfeder mitnehmen. Eigentlich muss ich aber noch nehmen. Zack, so. Und dann gibt es noch Schildpacks. Also, Zeitverschwendung. Tada! Okay. Weiß ich Bescheid. Ich muss diesen ganz dursteligen Idiotenweg jetzt noch mal zurücklaufen. Hat er echt gehofft, hier ein Versteck zumindest. Können wir jetzt zumindest mal das Versteck werden hier mit dem Scheiß hier hinten. Schade. Na schön. Dann hoffe ich mal... Also, ich hoffe, dass ich best bin in den nächsten zwei... Ja, ich denke, in den nächsten beiden Parts werde ich best bin durchhaben. So, komm, hoch mit dir. Aber ich habe dann zumindest... Kann ich mir sagen, ich habe alle Gegner erledigt. So, warte. Genau, die wollte ich noch haben. Und dann sehen wir mal zu, dass wir da hinten durch die andere Tür kommen. Hätte ich eigentlich auch sofort durchgehen können, weil Zeitverschwendung, wie gesagt. Aber ich werde es jetzt nicht rausschneiden. Ihr dürft euch das alles in aller Seelenruhe angucken. Nur für den Fall, dass sonst vielleicht irgendjemand in den Kommentaren auf die Idee käme, hey, da hinten hättest du ja auch noch lang gehen können. Höhöh. Nein, hätte ich nicht. Wir sind bereit, Commander. Fühlt uns. Was? Was? Ach komm, das ist ja jetzt wohl lächerlich. Das ist ja jetzt wohl total lächerlich. Also muss ich... Oh, ha, ha, ha. Heldenhaft. Heldenhaft, sage ich da nur. Das ist, ich hätte durchaus mit Unterstützung diesen ganzen Mist auch machen können. Aber ich muss dir mal wieder alles besser wissen. Die Frage ist nur, wo muss ich denn mit denen hin? Oder muss ich... Ach so. Idiot. Du bist ein Schrottel, ey. Ja, ist nichts ändern. Wo muss ich denn hin mit denen? Ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Ist das ein Auftrag überhaupt? Die Sahnen suchen, feindliche Truppen angreifen. Ja, okay, da bin ich ja gerade fleißig bei. Ich hoffe noch, dass jetzt hier... Ich gehe jetzt hier in die richtige Richtung. Aber da war, glaube ich, nichts weiter hier hinten. Ach doch, da. Guck mal. Okay, gut zu wissen. Leider habe ich jetzt nur noch einen Helfer, weil der andere so trottelig war und auf mich draufgesprungen ist. Kann man da schon was erkennen? Nein, leider nicht. Ach, Mist, das hätte ich auch vorher aktivieren können da hinten. Ja, es kommt doch... Ach, nee, ey. Ich weiß genau, was jetzt gleich passieren wird. Komm her! Oh Gott. Ist egal, ich mache das alleine. Ist egal, ich mache das alleine. Danke. Warum gefällt mir das hier nicht? Schnell, Quick-Safe. Oh, jetzt sind schon zwei von denen. Okay, welchen verdienen wir das jetzt ein bisschen häufiger erwischt? Ich glaube, das sind hier, ne? Ihr Heckpenner, Alter. Ah, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Shit! Ah, fuck! Okay. Alter! Ah! Das ist jedes Mal, wenn ich... Haha, Idioten. Finde ich cool, wenn ich jetzt mal einen davon erwischen könnte. Ja, also das geht doch. Na, komm. Gut. Das war doof. Ich wollte immer die Macht benutzen und bin immer auf diesen blöden... Auf die blöde... Auf die blöde... Ähm, auf diese blöde Zoom-Taste gekommen. Das war ein bisschen scheiße hier, dieses... Die Glasses. Ähm, vielleicht sollte ich die einfach mal aus der Steuerung herausnehmen, weil das irgendwie ein bisschen sehr scheiße war. Ähm, da. Ähm, da. Okay. Jetzt gehen wir das mal eben ab. Denn das war bestimmt noch nicht alles. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ähm, da wollte ich lieber vielleicht nicht runterfallen. Das wäre doof. So ein bisschen ungesund könnte das sein. Ähm, wollen wir jetzt mal kurz gucken, wo ich eigentlich lang muss. Da gab es ja irgendwo einen Aufweg. Dann nach oben oder sowas. Nicht? Blöd. Äh. Oder ging es da hinten noch irgendwo rein? Ich habe eben nicht richtig geguckt. Schauen wir mal. Nein. Wo muss ich denn jetzt lang? Das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass mir das gerade so spontan nicht einfällt. Ich habe die beiden dunklen Edis besiegt. Hm. Das ist jetzt nicht so witzig. Wie muss da jetzt irgendwas passieren? Irgendeine Tür aufgehen oder sowas? Ach, da ist ein Aufzug. Sag das doch einer. Ja. Okay, schauen wir uns jetzt hier hinten. Da liegt was. Mehr Metallbolzen, Munition für das Sturmgewehr. Sehr cool. Oh. Du von mir. Wie doof von mir. Oh, wie dumm von mir. Das hätte ich aber sehen müssen. Oh, 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 oh. Okay. Heilung. Verdammt. Das hätte ich sehen müssen. Äh. Das hätte ich sehen müssen. Katastrophe. Sag ich da nur Katastrophe? Aber hey. Passiert. Ist nun mal so. Ist eine Liveaufnahme. Ich kann nicht alles sehen. Obwohl schön wäre, wenn ich es könnte. Hm. Ähm. Na schön. Hab ich jetzt halt nur zwei Schildenergie. Ist mir egal. Ach. Das war das Fenster, was ich auch verbrach. Ha. So, Jungs. Hier. Habt ihr was zu spielen? Alter, wie soll ich hier keinen erwischt? Gibt es hier keinen Aufzug oder sowas? Hm. Na, dann muss ich doch mal runterspringen, na? Hm. Boah. Boah. Toll. Ach so. Schwier. Ähm. Ja, genau. Na. Wo ist sie? Da. Zack. Ja, da müsst ihr es dann ein bisschen durch. Ohne Schildenergie ist es halt ein bisschen schwierig. Ich hätte eigentlich den Zweiten einfach dir gegenwerfen müssen, ne? Dann wäre die wohl auch erledigt gewesen. Ja, sichern wir das Ganze nochmal sicherheitshalber. Oh je, oh je, Sniper, Sniper, Sniper. Shit, 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 shit. Deckung. Okay, ähm. Okay. Und dann heilen wir uns mal wieder. Ah, schon fast Lieblingsbeschäftigung hier. Stehenbleiben, heilen, weitergehen, beschossen werden, wieder einen abkriegen, stehenbleiben. Ah, hier blablablablabla. Und es geht weiter. Ach so, vielleicht sollte ich mir kurz wieder auf den Schuh wechseln. Ist kein Sniper mehr? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Oh, was soll die denn hier? Sturmtruppen. Zack, zack, zack. Erledigt. Oh, ich hab alle Waffen voll? Hm, Tatsache. Okay. Äh, da ist er. Huuu, au, droppen hier. Cool. Wie süß. Oh, Sturmtruppen, ihr seid so lustig. Okay. Gehen wir, wir ziehen ab. Hako, Nijiji. Wir sind jetzt aufs... Der zuerst, zack. Ups, er wird gerade angeschlägt. Ah, fuck doch nicht jetzt. Okay, da verwende ich eine Zugangskarte, um hier reinzukommen. ... ... Ja, da ist es. Da ist es, da ist. Tptiv, ha, da ist es. Woa, 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 woa. Ah, Tinnisse? Tsk, 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 tsk. Oh je, oh je, oh je, oh je, noch fast ein Eis, aber erfolgen von dem und ich bin erledigt, ach, geschafft, Glückabend, okay, ja, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich da mal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist, let's play Star Wars Jedi Knight 2 bis dann. Oh je, oh je, oh je, oh.